und dann hier schluck auf zwei habe ich noch zwei So, guck mich nicht weit. Letter. Probe-Letter, ja, da brauche ich Strings für. Schluck auf. Oh, hier noch ein paar. Oh, gut, dass ich sie als Einzel gemacht habe. Das hat mir sehr viel Zeit erspart. So, händigen schlafen. Hoch. Ab nach unten. Und dann würde ich hier... ...einfach Leitern hochmachen. Weil da kann man ja auch hier stehen bleiben. Und runterfallen. Und hier theoretisch noch Sachen rausholen. So, und das gleiche kommt dann da drüben hin. Okay. Bis da hoch. Hier. Hier. Das sind nur zwei, ne? Ne. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Jo. Was ich hiermit mache, noch keine Ahnung. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ne, ich hab keines Lips mehr. Was... Ich glaub, da hab ich was Falsches reingemacht. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, ich brauch was Slaps. Was? Was ist hier drüber? Was? Ach, ich dachte, es ist schon Kraft. Es gibt doch hier... Die da. Wie sieht das denn aus, wenn ich das da hier hinklatsche? Ich kann nicht so gut, nicht so viel machen hier, weil ich mich ja mit Shift festheben muss, dann funktioniert das nicht so. Okay, nochmal. Ah, Schau, wo ist hier? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Sieht doof aus, ne? Dich habe ich falsch rum hingesetzt. Ich mach das dann mal nochmal weg, wenn ich irgendwann auch da hinkomme. Okay, wir haben jetzt schon ein bisschen Glas fertig. Da können wir das Glas ja mal reinsetzen. Okay. Okay. Ich bin mir gerade unsicher, was. Ich glaube aber, das finden wir noch raus. Nein. Das da wollte ich. Dann setzen wir hier das Glas doch ein. Okay. Okay. Okay, wir müssen natürlich die ganzen, diese ganzen Dinger, ich würde auch hier in der Mitte gern noch so Oak-Dinger hochziehen. Wir brauchen halt unglaublich viel Drawer. Wir brauchen halt unglaublich viel Drawer. Ja. 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 Ich würde halt hier gerne in der Mitte noch so Säulen hochmachen mit Drawer. So ein bisschen. So ein bisschen. Nicht viel, nur ein bisschen. Die zwei kommen hier weg. Und die zwei hier auch. Dürft hier hin. So ein bisschen. Ich brauche hier mein Oak. Daran habe ich da noch ein einziges. Jetzt nicht mehr. Hat so richtig viel gebracht. Okay. Das geht ja bis neben dem. Also noch eins. Jetzt habe ich mal den falschen Knopf zum Stehen beim. Nein, ich habe keine Leiter mehr. Was war das denn jetzt? Okay. Ich muss gern diese Dinger. Doch. Stimmt schon. So. So. Die sind jetzt genau hier, ne? Eins, zwei hier. Da sind nur zwei frei. Sind da auch nur zwei frei? Da sind auch nur zwei frei. Okay. Ja, da kommen wieder Leitern hoch. Und dann kommen hier zwei hin, hier zwei hin. Oh Gott, wir brauchen so viele Drawer, wir brauchen so viel Holz. Wie viel Uhr haben wir denn? Wie viel Leder haben wir denn? Wir brauchen so viel Rohstoffe, das ist unglaublich. Oh nein, wir haben nichts mehr. Ist aber nicht schön. So, ein Leder nochmal. Dann kriegen wir auch wieder ein Leder raus. Ich glaube, wir haben schon Tool-Welt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl, aber wir brauchen halt die Erweiterung auch noch. Ich habe auch noch einen String. Ich muss da unten noch einen hin machen. Noch eine Bahn, Slips. Das sieht irgendwie affig aus. Lüfte ich vielleicht, bitte? Jetzt habe ich kein Slips mehr. Lüfte ich noch. Krieg ich das noch? Nein. Natürlich nicht. So. Ähm. Schlafen. Dann Draw machen. Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit immer noch doof? Das kann weg. Hier haben wir noch Platz. Ähm. Das sind die Druhns. Okay. Ich brauche elendig viele Druhnen. Wenn ich elendig viele sage, meine ich auch elendig viele. Wir haben hier keine drin, ne? Nicht, dass ich hier jetzt welche sehe. Hier haben wir hier aber noch Holz und Ochs. Na, da ist sonst noch irgendwo Holz. Das sind die vier mal vier. Jetzt haben wir zwei. Ne, okay. Ähm. Ich brauche noch mal Kisten. 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 Machen wir noch einen. Durchlauf. Und noch einen. Okay. Jetzt sind wir über 64. Machen wir mal fertig. Dann haben wir mal hier. Ein mal zwei. 36. Was fehlt mir? Planks fehlen mir. Was bist du denn? Crafting Pattern. Okay. Jetzt habe ich. 54. Die fehlen immer noch. Ich mache mal die ganzen Wutzen weg. So, jetzt habe ich über 64. Und ich habe keine Kisten mehr. Okay. Jetzt hätte ich mir auch Stickies machen können, ne? Es sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Dann geht es stufig nach oben. Ich mache jetzt nicht den Scheiß mit der Leiter. Okay. Ich mache jetzt nicht den Scheiß mit der Leiter. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit der Hoffnung, da passt jetzt auch alle Gemüse und Obst da rein. Da nimmt die Fieber noch eins, ne? Jo. Wow, dankeschön. Hat ja gut funktioniert. Genau, und hier hätte ich halt jetzt gesagt, hier geht es hoch. Hier geht es hoch. So. So. Oh Gott. Wir müssen jetzt alles mit diesen Old Trims verbinden. Ich habe doch hier noch Holz dabei, oder? Jo. Ich glaube, ich bin jetzt auf einer Ebene mit hier, ne? Jo. So. Nein, nicht zweimal machen. So. 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 Das wird irgendwie nicht besser. Jetzt steht da der Baum im Weg da drüben. Auf meinem eigentlichen Platz. Ja, egal. Ich bedanke mich jetzt vielmals fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.